Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zum Blue Pit Homeworkout vom 22.11.2020. Heute geht es ein bisschen ruhiger zu und wir haben eben um 15 am Ende. Als Warm-Up haben wir drei Runden, zehn Hollow und zehn Arch-Works. Wenn euch die recht schwer fahren, belegt ob ihr vielleicht ein paar Arch-Ups macht oder ein Hollow-Hold stattdessen. Dann drei Shoulder-Casts pro Seite und fünf Atemzüge im Side-Stick. Wie gesagt, drei Runden davon. In unserem E-MOM haben wir drei Übungen. Als erstes vier Schwimmer in Bauchlage, dann zehn Side-Bridge pro Seite und drei Hollow-Rolls pro Seite. Denkt dran, das ist ein E-MOM, das heißt, wenn ihr eine Übung fertig habt, habt ihr Pause bis die Minute zu Ende ist. Habt viel Spaß dabei und denkt dran. Hashtag...